mesdames et messieurs bonjour herzlich willkommen zu einem französischen diktat aus der niveau stufe a1 das wäre so das erste lernjahr und mit diesem diktat könnt ihr ganz gut feststellen ob ihr die dinge die wir französisch lehrer von euch erwarten auch wirklich schreiben könnt wie funktioniert das ganze nun ihr passiert dann das video nehmt bitte stift und papier zur hand dann fahrt ihr das video wieder an ich diktiere das diktat ich lese erst jeden satz einmal ganz vor und dann noch mal in teilen etwas so in dem tempo wie ich denke dass ihr auch mitschreiben könnt wenn ich euch zu schnell diktiere dann pausierte das video bitte und schreibt in aller ruhe euren satz auf und dann macht ihr mit dem video weiter im anschluss pausierte das video wieder und lest euren text von vorne bis hinten bitte noch einmal durch das ist ganz wichtig ganz aufmerksam den text noch einmal durchlesen und dann korrigieren wir selbstverständlich das diktat nun und ich wäre jetzt eigentlich auch schon so weit ich hoffe ihr auch also bitte jetzt die pause taste drücken stift und papier zur hand und wenn ihr das erledigt habt und bereit zeit dann macht ihr mit dem video weiter und dann gehen wir direkt in die vorführung hier noch ein kleiner wort vielleicht zu den satzzeichen nun das ist ein diktat aus der niveau stufe a1 und deswegen sage ich die satzzeichen erst auf französisch und anschließend aber auf deutsch so dass ihr euch ein bisschen daran gewöhnt wie die franzosen die satzzeichen verwenden und euch darauf einstellen könnt also jetzt bitte video pausieren und stift und papier zur hand nehmen und dann geht es auch schon los und zwar mit dem titel le titre ohne landi virgule le 10 janvier point on est lundi on est lundi on est lundi virgule komma le 10 janvier point pont le 10 janvier point pont On est lundi, virgule, le 10 janvier. Point. Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. Léo et son frère Alex sont devant le magasin de Madame Lola. Point. Léo et son frère Alex. Léo et son frère Alex sont devant le magasin de Madame Lola. Point. 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 Léo et son frère Alex sont devant le magasin de Madame Lola. Point. 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 Ou eine Affiche, point d'interrogation, fermez les guillemets. Voilà un livre. Voilà un livre. Avec une histoire bizarre. Avec une histoire bizarre. Voilà un livre. Avec une histoire bizarre. Virgule, comma. Ou une Affiche. Ou une Affiche. Point d'interrogation, Fragezeichen, fermez les guillemets, Anführungszeichen, zu. Encore une fois la phrase. Voilà un livre. Avec une histoire bizarre, virgule, ou une Affiche, point d'interrogation, fermez les guillemets. Nouvelle Linie, neue Zeile. Alex, deux points. Oufrez les guillemets, Alex, Doppelpunkt, Anführungszeichen, auf. Un livre, virgule, c'est une idée fantastique, point d'interrogation, un livre, virgule, comma. Un livre, virgule, c'est une idée fantastique, point d'interrogation, un livre, virgule, c'est une idée fantastique, point d'interrogation, point d'interrogation. Et après, on cherche un gâteau avec douze bougies, point, fermez les guillemets. Et après, on cherche un gâteau, et après, on cherche un gâteau, on cherche un gâteau, avec douze bougies. Point, point, fermez les guillemets, Anführungszeichen, zu. Nouvelle Linie, neue Zeile. Leo, deux points, ouvrez les guillemets, Leo, Doppelpunkt, Anführungszeichen, auf. Est-ce que Léa invite des copains pour sa fête? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Est-ce que Léa invite des copains pour sa fête? Point d'interrogation, Fragezeichen, fermez les guillemets, Anführungszeichen, zu. Encore une fois, la question, est-ce que Léa invite des copains pour sa fête? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Nouvelle Linie, neue Zeile. Alex, deux points, ouvrez les guillemets. Alex, Doppelpunkt, Anführungszeichen, auf. Oui, Virgule, toi et moi et cinq copains, Punkt, Point. Die Zahl bitte ausschreiben. Oui, Virgule, Komma, toi et moi et cinq copains, Punkt, Punkt. Toi et moi et cinq copains, Punkt, Punkt. Mais ses grands-parents ne sont pas là, Punkt. Mais ses grands-parents, Mais ses grands-parents ne sont pas là, Point, Punkt. Mais ses grands-parents ne sont pas là, Point, Punkt. Il travaille, en Allemagne, Point, fermez les guillemets. Il travaille, il travaille, en Allemagne, Point, Punkt, fermez les guillemets, Anführungszeichen, zu. Il travaille, en Allemagne, Point, fermez les guillemets, Nouvelle Linie, Nouvelle Zeile. Leo, deux points, ouvrez les guillemets, Leo, Doppelpunkt, Anführungszeichen, auf. C'est dommage, Point, Punkt. Point, Punkt. C'est dommage, Point. Leia a quel âge, Pointe d'interrogation, fermez les guillemets. Leia a quel âge, Leia a quel âge, Pointe d'interrogation, Fragezeichen, fermez les guillemets, Anführungszeichen, zu. Encore une fois, la phrase, C'est dommage, Pointe. Leia a quel âge, Pointe d'interrogation, fermez les guillemets. Nouvelle Linie, Nouvelle Linie, Nouvelle Zeile. Les parents, deux points, ouvrez les guillemets. Les parents, deux points, Doppelpunkt, ouvrez les guillemets, Anführungszeichen, auf. Léa va avoir douze ans, Pointe, Pointe. Demain, nous chantons, Virgule, nous mangeons le gâteau et on joue des jeux, Pointe, fermez les guillemets. Demain, nous chantons, Demain, nous chantons, Virgule, comma. Nous mangeons le gâteau et on joue des jeux, Pointe, fermez les guillemets. Et on joue des jeux, Pointe, fermez les guillemets. Fin de la dictée, Ende des dictats. Je répète la dernière phrase. Ich wiederhole den letzten Satz nochmal, Demain, nous chantons, Virgule, comma, nous mangeons le gâteau et on joue des jeux, Pointe, fermez les guillemets. Ende des dictats. So, ich würde vorschlagen, ihr benutzt jetzt die Pause-Taste und lest euch euren Text von der ersten bis zur letzten Zeile noch einmal durch, korrigiert noch eventuelle Fehler und dann gehen wir hier in die Verbesserung. Gut, los geht's. Und jetzt gehen wir das Ganze Satz für Satz einfach mal durch. Also, so als kleine Überschrift wäre es folgender Satz gewesen, ein Datum. On est lundi, die Franzosen machen hier ja ein être, mit ist, also nicht, also heute ist, Montag sozusagen. Le 10 janvier, ja, ihr könnt das 10, die C noch ausschreiben, da wäre es D, I, X. Im Datum schreiben die Franzosen das normalerweise als Zahl. Und janvier, das ist der Monat, der dazugehört. Die Monate müsst ihr bis jetzt eigentlich dran gehabt haben. On est lundi, le 10 janvier. Ah, es ist relativ geradlinig eigentlich. So, jetzt sehen wir uns das mal an. Leo et son frère Alex. Ja, da haben wir erstmal son frère, also Leo und sein Bruder. Und ihr seht schon, Zeile 3 ist wieder ein son. Das ist allerdings ein anderes, da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt habe ich beides hier, mein Grün, gehighlighted. Leo et son frère Alex. Son devant le magasin de Madame Lola. Ah, im ersten Satz haben wir das son, ja, eigentlich auch. Jetzt ist es ein sind. Also, Leo et son frère Alex. Son, sind. Devant le magasin. Das wäre das Geschäft. Bitte nicht verwechseln mit Magazin oder sowas. Das passt überhaupt nicht. Le magasin ist das Geschäft de Madame Lola. La Madame, könnt ihr es so abkürzen, wie es hier steht. Ich würde, ich hätte jetzt keinen Fehler gegeben, wenn ihr es jetzt ausgeschrieben hättet. Madame, üblicherweise in Verbindung mit dem Namen, denke ich mal, würde man die Abkürzung verwenden. Bitte beachtet, nach Madame steht kein Punkt für die Abkürzung. Also einfach Madame Lola. Les parents, les parents, ja, les parents ist plural und dann haben wir hier ein S, ein parent. Son, darauf habe ich schon hingewiesen, la aussi. Oh, das la ist grundsätzlich ein Problem. Das dürft ihr nicht mit dem Artikel la, zum Beispiel la voiture oder la gomme verwechseln. Hier heißt es, die Eltern sind auch da oder dort und da kommt dieser kleine Akzent drauf. Das ist ganz wichtig. Les parents sont là aussi. Aujourd'hui, ja, das heißt heute, das, ganz ehrlich, es ist ein schwer zu schreibendes Wort. Setzt euch hin, schreibt es euch auf eine Karteikarte, schreibt es 20 Mal ab und ich denke, dann könnt ihr es. Les garçons, hier wieder Plural. Achet, achet, achet ist schwierig, kommt ja von achte, der Infinitiv achte, wird tatsächlich ohne Akzent geschrieben. Aber, jachet, tu achet, il achet und der Plural il sachet, da kommt ein Akzent drauf. Bei nu und wo wäre der wieder nicht da, es ist ein relativ unregelmäßiges Verb, das man einfach in der Konjugation lernen muss. Und vergesst nicht das ent, weil jetzt ist es Plural. Achet des cadeaux, auch das ist Plural, die Geschenke, also haben wir ein X an dem Cadeau. Pour une copine. Lea. Das dürfte kein Problem sein. C'est son anniversaire demain. Auch dieses C ist eigentlich kein Problem, kann man mit dem SESC verwechseln. Wir sehen das dann gleich später nochmal, aber c'est son anniversaire demain. Leo. Deux points war Doppelpunkt und jetzt Vorsicht, ouvre les guillemets, Anführungszeichen auf. Beachtet bitte, die Franzosen machen ihre Anführungszeichen tatsächlich deutlich anders als die Deutschen oder die Engländer und Amerikaner. Also bitte immer diese kleinen aufgesetzten Pfeilchen verwenden. Voilà un livre. Avec une histoire bizarre. Das ist eigentlich kein Problem. Dann war ein Komma und dann ou une affiche. Ja, ou oder. Ohne Akzent auf dem U, wenn ihr den Akzent grave auf das U macht, dann heißt es wo. Und das wäre ein Fehler, weil das ergibt eigentlich gar keinen Sinn hier. Hier ist ein oder und deswegen ou une affiche. Un livre, c'est une idée fantastique. Hat mir schon mal. Et après. Also jetzt genau aufpassen. Und dann. Et après. Das ist ein und. Das ist nicht ein ist. Also nicht est, sondern einfach nur ein e und ein t. Et après, on charge un gâteau. Hatten wir schon mal. Avec douze. Also mit zwölf. Ich glaube, ich hatte euch gebeten, die Zahl auszuschreiben. Aber ganz sicher bin ich mir eigentlich gar nicht mehr. Douze. Und jetzt ist schon klar, es ist Plural und deswegen haben wir Bougie, die Kerzen, hier auch mit einem S. Avec douze. Bougie. Leo. Es que. Es que. Ja, der Klassiker. So beginnt eine typische Frage. Es que. Ist ganz wichtig, dass man das schreiben kann. Es que le a envie des copains. Haben wir wieder ein Plural. Aufpassen. Bitte ein S an das Copain. Es que le a envie des copains pour sa Fête. Für ihre Feier. Und dann hätten wir noch Fragezeichen und Schlusszeichen. Und hier bitte auch wieder aufpassen, dass ihr das Schlusszeichen richtig macht. Und die Begriffe für Fragezeichen und Schlusszeichen, denke ich, würde ich auch von meinen Schülern im ersten Lernjahr noch nicht erwarten, dass sie das auf Französisch können. Alex, oui, toi et moi, also dich und mich, lädt sie ein, et cinq Copains. Hier wieder Plural mit S. Ah, mais ses Grands-Parents ne sont pas là. Ah, jetzt haben wir ihre Großeltern. Also, jetzt ist es nicht mehr ein C-Apostroph-E-S-T, sondern ihre Großeltern, ses Grands-Parents. Und Vorsicht bei den Grands-Parents. Das ist auf jeden Fall Plural und deswegen haben wir S an Grand und ein S an Parent. Ne sont pas là. Sie sind nicht da. Hier wieder. Nicht verwechseln mit dem Artikel là. Il travaille. Ja, auch wenn ich es nicht höre. Il travaille. Die Endung ENT ist ganz wichtig. Die muss ich trotzdem aufschreiben. Il travaille en Allemagne. Also in Deutschland. C'est dommage. Ah, jetzt haben wir das andere C. Also, ihr seht schon, ich spiele hier ein bisschen mit diesem C-Laut. C, das ist aber schade. C'est dommage. Und dann ganz typisch im Französischen dieses, wie alt ist sie denn? Machen die Franzosen mit dem avoir. L'air à quel âge. Das ist so ein Ausdruck, den ich, denke ich mal, den muss man wirklich so grundsätzlich beherrschen. Elle a quel âge. Also, L'air à quel âge. Wie alt ist sie? Elle a quel âge. Einfach schreiben, üben, schreiben, üben, schreiben, üben, sodass ihr das wirklich trainiert. Also, wie alt ist sie? L'air à quel âge. Und dann kommen die Eltern und sagen, les parents. L'air va avoir douze ans. Ah, sie wird zwölf. Elle va avoir. Das ist hier so ein Futur. Kann durchaus sein, dass ihr das noch gar nicht habt. Dann rechnet ihr euch das mal nicht als Fehler an. Aber das douze ans, zwölf Jahre, das sollte funktionieren. Und wir haben hier natürlich zwölf. Das ist deutlich plural und deswegen ein S an on. Elle va avoir douze ans. Und dann demain, morgen. Ha, das ist das ONS an sich kein Problem. Nous mangeons. Wichtig ist, ich denke, das wisst ihr, habt ihr bereits gelernt. Bei dem Verb manger kommt in der ersten Person Plural ein E in Präsens hinein. Nous mangeons, also das E hier, G-E-O-N-S, nicht vergessen. Nous mangeons le gâteau, den Kuchen. Et on joue, wir spielen, des jeux. Jetzt sind es Spiele, D mit S und Je mit X. Das sind mehrere. Nous mangeons le gâteau et on joue, des jeux. So, ich denke, damit haben wir das Diktat verbessert. Und das war es für heute. Jetzt würde ich euch das Diktat nochmal im Ganzen zeigen. Das sieht dann so aus. Ihr könnt das Video gerne anhalten, euch das in aller Ruhe nochmal durchlesen. Und dann würden wir uns vertagen auf das nächste Mal. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch viel Spaß und gute Noten im Fach Französisch. Und dann wird das Diktat zusammen, replace das Diktat abgehend. Und dann geht das Diktat abgehend. Ja, wir gehen jetzt mal.